ich habe schon gehört du bist auf dem weg zu einem erzberserker zu werden ja ohne meine zustimmung kommst du hier nicht weit ein erzberserker zu sein bedeutet sein leben für uns in gefahr zu bringen dein aufstieg hier bei uns ging mir persönlich etwas zu schnell wenn du meine stimme willst musst du schon etwas tun das mich wirklich beeindruckt was soll ich tun ich will dass du dich zum geheimen zugang nach tavar begibst wir nennen ihn den blutpfad die outlaws belagern diesen pfad wir können es nicht dulden dass sie einen weg halten der hinter unsere stadt führt garda einer unserer erzberserker leitet den angriff geh und melde dich bei ihm wenn du den angriff überlebst reden wir weiter das klingt doch gut ok 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 welcher der secker ist am nächsten welcher hauptmann mr magier glaube ich der ist versteckt sich gut magie ich habe zwar auch für verzaubern fächerschuss hochgeist voll für klasse mehr mana muss mehr geld für rüstung sparen ich muss mir das geld für die rüstung sparen dann laufen wir zu kalt bin drauf hat mir ragnar schon gesagt was er haben will für für seinen zuspruch zuspruch wir werden sich erfahren wir hören uns das nochmal an ich habe ich deine stimme um erzberserker zu werden grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen die reihen unserer kämpfer zu erhöhen aber erzberserker glaubst du nicht dass schon genügend auf deinen schultern lastet ein erzberserker zu sein bedeutet verantwortung zu übernehmen ich weiß und ich werde euch nicht enttäuschen so wie ich das sehe gibt es nur eine möglichkeit dass du meine zustimmung bekommst ein erzberserker zu werden es ist eine heikle angelegenheit aber ich brauche jemanden der rumkommt und die welt kennt aufgrund unserer gesetze treffen diese anforderungen nur auf einen kleinen teil zu du bist eine willkommene ausnahme darum werde ich auch dir diese aufgabe übertragen nach ignodon zu reisen warum soll ich für dich nach ignodon reisen weil ich ein interesse daran habe dass unsere gemeinschaft auch noch die nächsten jahre überdauert sollte der konflikt mit den alps andauern muss die anzahl unserer gegner verringert werden wir vermeiden zwar kampfhandlungen mit den klerikern aber das heißt nicht dass dies in stein gemeißelt ist nimm darum diese botschaft und überreiche sie einem mann namens reinhold nach allem was ich weiß ist er die richtige person für diese angelegenheit aber untersteh dich das siegel des briefes zu brechen diese aufgabe muss diskret erfolgen bringen wir etwas bei ja ich wäre waffen paradestärke euch das geld ich habe das geld okay die rüstung werde ich mit und nie leisten können wenn ich so viel ausgebe ich glaube nicht dass er mir schon eine aufgabe gegeben hat um er zu bürger zu werden was soll ich für dich tun ich habe gehört dass immer mehr banditen zwischen edan und abessa auf beutezug sind wenn das stimmt ist unser weltenherz in gefahr und das dürfen wir nicht zulassen normalerweise hätte ich gunnar dafür abkommandiert aber seinen knochen können wir wohl kaum noch einmal leben einhauchen auch wenn du dort bereits nach dem rechten gesehen hast bitte ich dich ein weiteres mal dort hin aufzubrechen sucht torgall beim wilden herz auf er wird wissen was zu tun ist hoffentlich triffst du noch rechtzeitig ein bevor alles zunichte gemacht wird was wir errichtet haben passt sonst sind wir fertig jo red red du und ich wir werden ein gespräch haben jetzt ist nicht mehr da kapiert mein freund kleinen moment noch ich unterhalte mich gerade mein freund da wird auch nicht mehr wiederkommen wenn du ab jetzt etwas brauchst dann kommst du zu mir ich bin jetzt ein neuer vorgesetzter scheiße man was hast du mit ihm gemacht das braucht dich nicht zu interessieren glaubt mir mein freund dich werde ich mir auch noch vorknöpfen hast mich ausgelacht als ich ins lager kam hast mich mit zwei splittern abgespeist als ich dich angebettelt habe komm schon das hatte ich so nicht gemeint komm mir jetzt nicht mit entschuldigung dein arsch gehört jetzt mir wenn du nicht gehorchst schmeiße ich dich in die grobe so eine scheiße du bist echt irre weißt du das und stolz darauf und jetzt geh mir aus den augen herzlich willkommen zurück mein freund kontroller was ist denn jetzt passiert weißt du der bodyguard job war nichts für mich wundert mich nicht schau dich mal an red für dich heiße ich habe heute crazy red verstanden ray wenn du meinst wie dem auch sei ich dachte mir blicks job liegt mir viel mehr ich musste nur nah genug an ihn herankommen ohne dass er hier im vor ist und ohne dass sein bodyguard ryan bei ihm ist und du hast mir dabei geholfen du penner hast mich benutzt komm runter mein freund ja ich habe dich benutzt aber nur zu deinem besten du wolltest wissen wo blick sein schutzgeld hat und ich wollte blicks position jetzt haben wir beide was wir wollen blick hat mich mit dem blutigen bekannt gemacht und mir gezeigt wo er die splitter von chloe versteckt du kannst will ihm sagen dass chloe ab jetzt wieder bezahlen wird ihre ausstehenden schulden werde ich ihr geben und was ist mit meinem anteil immer mit der ruhe mein freund du musst verstehen dass ich meinen prinzipien treu bleiben muss mein freund du erinnerst dich an unser erstes gespräch ich bat dich um 50 splitter und du hast sie mir verweigert von mir aus nenn mich nachtragend aber du hast mir nichts gegeben als ich es nötig hatte jetzt hast du es nötig und ich werde dir nichts geben das ist eine persönliche sache zwischen uns und hat selbstverständlich nichts mit chloys schulden beim duke zu tun die werde ich natürlich wie versprochen bezahlen ich will meinen anteil ich sagte dir doch bereits du hast mir nichts gegeben also werde ich dir nichts geben wir sind quitt ach warum kann ich ihn nicht umbringen ich will ihn nicht umbringen ich will ihn nicht umbringen aber danke doch du bist ein gut du wirst wissen was ist sie your mother ich habe hier noch die stims die ich besorgen sollte ach die? die waren nur dazu da um dich abzulenken die kannst du behalten wenn du möchtest ich nehme das zeug momentan nicht mehr ich muss mich erstmal in meinen neuen Posten zurechtfinden aber hey wer für dich mein Freund viel Spass damit mhhh ok so me that I can't kill him now bewusstlos verdammt verdammt ha Warum ist das die einzige Mission, wo ich denn nicht abmuss? Wo ich nichts machen kann. Bei jeder anderen Mission. Kein Problem. Alle kann ich killen. Nur ihn nicht. Nein, er ist eine Ausnahme anscheinend. Nur Red nicht. Ja, 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 ja. Steck dir deine Strafe in den Arsch. Du hättest mich nicht herausfordert. Ich werde allen Händlern in der Stadt verbieten, mit dir zu handeln. Und jetzt hau lieber ab, bevor ich mir Schlimmeres überlege. Wegen der... Ich habe mich um Chloe's ausstehende Schulden gekümmert. Red, oder sollte ich ihn jetzt lieber Crazy Red nennen? Egal. Auf jeden Fall hat er mir Chloe's ausstehende Schulden bezahlt. Ich finde es auch gut, dass Red jetzt Blakes Posten übernommen hat. Ich konnte Blake sowieso nie leiden. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Gute Arbeit. Was ist mit meiner Bezahlung? Wie bitte? Von einer Bezahlung war nie die Rede. Aber gut. Ich will mal nicht so sein. Du hast dich um alle Hauptmänner gekümmert. Damit hast du mir die größten Probleme von der Brust genommen. Vielen Dank dafür. Das ist mir natürlich auch etwas wert. Jetzt, da die Kohle wieder fließt, brauche ich nicht mehr so knauserig zu sein. Aber gib nicht alles auf einmal aus. Waffe weg, krach. Oder was? Oder was? Oh. Oh, die ganze Stadt kommt. Oh. Oh. okay sie mal einer an mein freund ist erwachsen deine wahl wäre zwar nicht meine wahl gewesen aber es freut mich für da wir einiges zusammen durchgemacht haben stehe ich dir ich fasse es ich werde doch schnell durchsmaschen und die nächste mission blablo 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 da wuh d ne oder papa 2 Da bohrt mir neben mir. Nein. Woosa. Woosa. Wir machen da eine Mission draußen. Das erste Mal. Was wollte ich upgraden? Was wollte ich upgraden? Regentenschwert haben wir abgegradet. Das ist jetzt stärker geworden. Sonst brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel. Schauen wir mal, was die Berserker... Was sind meine Berserker-Fähigkeiten? Den wollen wir. Gerissenheit und Intelligenz. Oh. So, gehen wir hin. Da gehen wir hin jetzt. Ich muss nachgoogeln, ob es irgendwo eine Mission gibt, wo ich Red killen kann. Weil das einfach nur bewusstlos wird, ist mir zu wenig. Die Ratte muss bluten. Bluten. Dann werden wir durch die Wüste reisen. Unsere Wutern irgendwelchen Hornpops auslassen. Der Tal. Was haben wir hier drüben? Schaut gefährlich aus. Ich hab's mir angeschaut. Ich muss es machen. So sind die Regeln. Ich hab's mir auch noch nicht durchgewechselt. Okay, fangen wir uns in Brühe rein. Wo ist meine Brühe? Meine Wut waren das auslassen. So, wie wechsle ich da noch schnell? Nein. Ist auch jetzt schon egal. Okay, noch so ein Viech. Es kommt schon. Nice, 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 nice. Da haben wir mal gute Arbeit geleistet. Uff. Red. Uh, Flammenwerfer. Hat sich doch schon ausgezahlt, hier rein zu rufen. Okay, fünf, sechs, drei, eins. Das war nichts. Hm, dann probieren wir es mit dem Hacken. Hm, wir fahren einen kleinen an. Dann fünf, dann drei. Hm, das ergibt ja keinen Sinn, aber. Also, drei haben wir richtig. Fünf ist, nein, drei ist kleiner als sieben. Drei, dann da eins. Was haben wir das jetzt nicht? Sieben. Nein, neun. Neun kann ich nehmen. Eins. Hm. Ah. Drei, eins, muss ich mir zum Schluss merken. Okay. Was haben wir? Eins, sieben und sechs haben wir probiert. Was ist das Einzige, was übrig bleibt, ist fünf nochmal. Geht doch. Was ist das für ein Ding? Proprietärer Edwards-Kondensator. Okay. Ach, waren wir schon drinnen. Was auch immer das jetzt sein sollte. Irgendeine fette Mission. Wenn dann für Frank. Was ist das für eine Sona-Episode? Also, cool, 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 cool. Dann haben wir uns mal Mana rein. Ah, wieder so eine Episode. Nice. Was haben wir hier? Stahlhaut, Quickslaut, wir nehmen's. Dann. Mana-Trank. Hopp, wow. Wir haben jetzt abgeblockt. Okay, werden wir zuerst mal alle Ripper dann töten. Ah, jetzt haben wir das zweite Geschoss drin. Das schaut nicht so nach dem Wahn aus. Ha! Da haben wir einen Flammenwerfer. Da haben wir einen Flammenwerfer. Oh, ja, das ist das für ein Flammenwerfer. Ja, da haben wir einen Flammenwerfer. Ich habe eine Flammenwerfer. Das ist das Wahnwerfer, die ich jetzt. und ich darf wieder alles hacken nicht nochmal Mist das war's nicht das war's nicht ich hab's mir nicht gemerkt 5 6 3 1 ok 9 war's dann 7 geht doch oh was haben wir hier ist das der Händler der hätte mir nicht helfen können ne ich glaub die Reichweite von dem ist nicht das Beste ich hab doch alles abgecreated alles außer die Rüstung die muss als nächstes kommen ich brauch zuerst mal Fettsplitter dann kann Rüstung abgecreated werden wo ist es hier ist es ich hab mein Schwert nicht draußen ich kann mein Angriff nicht machen fast gute Moves fast gute Moves die hat wieder mein angepackte Block das war's mit der Austar oh je oh je es wird doch nicht viel besser wir werden doch noch auf dem West vorge vorge gute Folgen gute werden Folgen die Folgen noch war ich da nicht schon oben ist dort nicht Ripper Gebiet das sind tote Ripper das ist Ripper Gebiet oh ja ok Ripper Fight Nummer 10 da werden das Ding noch meine Toten da rum Fleischgrille hier hab ich doch schon gelootet hm da kann's gleich abgehen wieder und ich sag die Party geht ab yeah yeah ich erinnere mich ok Mana wird wieder abgecreated uuuh was fahren wir uns ran hm eine Zeit lang schnell Reflexe was auch immer das heißen soll wurscht wir probieren's so das haben wir gewechselt jetzt wird's gespeichert dann werden wir da mal ich helfe dir das wäre nicht schlecht wir werden schon mal einen tot wichtig fuck oh lauf ah wert wert uff ich fühl mich nicht sicher ich fühl mich gar nicht sicher hm das hat nicht zu lange gewirkt der Reflexboost hier ist der tote ja den hätte ich auch nicht gelootet wenn ich Mr. Bill wäre bleiben wir mal mitten in der Wüste den Schlaf haben wir uns verdient Prost Wetterheldpflanze uh das Ding da drüben das können wir auch mal angehen probieren ich schätze wir brauchen den High Ground hier und wir uns den High Ground Mr. Skywalker war eine sauerkraut so was haben wir hier oben nichts noch Mist oh gute Pause auf den Turm war nichts oben ich bin ganz rauf geflogen nichts gar nichts haben sie mir gegeben keine 1 4 5 6 das war nichts ich uah hm 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 ok 4 7 9 5 0 ist auch der Bär 5 6 0 1 oh wow ich 7 war ich doch schon 9 nein delete 9 0 ok 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 3 ich will gar nicht nur denken das war nicht um zu müde zu zu denken hm ich hab schon alles vergessen wieder oh boy der Verstand funktioniert halt nicht mehr 3 1 oh mein Gott ich hab echt alles vergessen oh ich ich will mal wieder random numbers ein da waren wir gerade auf 3 das letzte haben wir doch schon mal gehabt oh boy oh boy ich bin da böse geworden ich hab's alleine gemacht uff nicht mehr eine episode hab ich nicht einen Flammenwerfer früher bekommen den hab ich auch noch nie ausgetestet was haben wir hier Elektroschlot der Säker mit Flammenwerfer ist doch ganz normal ich weiß nicht da passt doch alles dran ich hab mir nur Schand liegen gelassen oh controller mich auch noch zu nerven oh 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 wie ich zurück den Flammenwerfer holen oh 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 das wird ja schon eine zusammengestückelte episode wo bennst du hin er fightet mit was anderem lieber nein oh ich dachte der Heilbron ist zu meinem Vorteil oh 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 nice das hätte perfekt gepasst er ist ausgewichen komm schon Ray nimm mir doch die Arbeit ab das hat nicht getroffen das hat auch nicht getroffen das hat auch nicht getroffen verdammte Highbron oh 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 nesl lauft grad nicht oh was haben wir hier was haben wir hier fängt an Tippen jo ich hab die Warnkiste genommen ich dachte schon ich treffe hier draußen nie auf einen Menschen seit mehreren Tagen verstecke ich mich hier jetzt schon du musst mir helfen unsere Karawane wurde überfallen ich bin der einzige der überlebt hat was hast du jetzt vor ich hatte gehofft ich könnte mit dir kommen alleine überlebe ich den Marsch ins Vor niemals ich hatte Glück dass ich bis jetzt noch nicht von Alps gefunden oder von den Schakalen gefressen wurde bitte du musst mir helfen dass ich Hank Bericht erstatten kann erzähl mir was vorgefallen ist eine Gruppe Alps hat uns überrascht wir sind mit unserer Karawane gerade aus Abessa wieder auf den Weg zurück zum Vor gewesen als sie uns aufgelauert haben es hat keine zehn Minuten gedauert da hatten sie uns abgeschlachtet wie hast du überlebt ich konnte mich rechtzeitig verstecken scheiße nochmal ich bin gerade erst zum Läufer befördert worden dachte ich kann ein paar leichte Aufgaben im Vor erledigen falsch gedacht stattdessen werde ich rausgeschickt und muss mit ansehen wie meine ganze Karawane abgeschlachtet wird ich helfe dir zurück ins Vor zu kommen ich danke dir ich habe wirklich Schiss alleine hier draußen am besten gehst du voraus ich werde dir folgen ok wir haben Kit bei uns deine Warnkisten sollte ich wahrscheinlich auch mitnehmen Karanführer Rucksack Wasserflasche wird ihm nicht mehr helfen da ist ein Alp anscheinend hat er nicht gelogen gleich ein Rucksack nochmal gelotet gute Arbeit Patrick bist du bereit auf die Mission wurde ausgewählt bist du bereit Kit wir holen uns einen Flammenwerb auf dem Rückweg coole Sache wird das wenn wir Glück haben sind keine Ripper mehr drinnen aber keine Sorge keine Sorge ich habe einen Reflex Booster und meine Rüstung schaut ziemlich eigen aus ich glaube Berserker bis zur Abschlussrüstung haben wir die schlechtersten Rüstungen vom Ausstand her ich habe gerade was rum geflogen wir nehmen natürlich nur den sichersten Weg Mr. Kit hier habe ich echt vergessen Geschoss okay das Ding eigentlich ich glaube das war gar nicht schlecht wenn ich das letzte Mal in meinem letzten Playfood das ausprobiert habe aber da wir jetzt Feuerfaust haben ich habe ein ganz mieses Gefühl ja ist egal ist doch egal wenn wir sicher werden teleportieren können ich bin über einen Knochen gerannt wo ist dieser Hank ist das Hank Bill schauen wir mal ob wir jetzt zu teleportieren wird wahrscheinlich das gleiche machen und was ja super schnell geht außer es ist wieder Rapper ich kann es nicht fassen dass ich heile aus der Sache herausgekommen bin hier das ist alles womit ich dir danken kann ich werde das vor nie wieder verlassen darauf kannst du Gift nehmen ich werde sofort zu Hank gehen und ihm Bericht erstatten die Leute müssen erfahren dass unsere Nachschubroute zwischen dem Vor und Abesser nicht mehr sicher ist okay okay das war es hier anscheinend wenn wir schon hier sind dann werden wir bei der nächsten Neste-Mission auf die Fresse bekommen ja ja das werden wir machen probieren wir sind zwar definitiv eine der härtesten Missionen aber solange Mr. Raketenwerfer dabei ist und ordentlich drauf baut kann es ja nur schief gehen okay okay ich muss das Kontrollgeräusch ausstellen wenn das überhaupt möglich ist oder wirklich probieren mal auf Bluetooth Bluetooth okay okay let's go ich bin bereit worum geht's das zeige ich dir wenn wir da sind was ist mit deinen Jungs die bleiben hier die Sache werden wir allein erledigen komm mit warum nicht da ist er El Colossaro der Schrecken aller unserer Läufer jeder der die Umlande unserer Stadt sichern sollte hat schon mit ihm zu tun gehabt und offenbar immer verloren ja meistens sind unsere Jungs vor diesem Urvieh geflohen was ihn so gefährlich macht ist nicht seine Stärke sondern eher seine Cleverness im Kampf also pass auf und rechne mit allem bei ihm du willst da jetzt runter wir beide werden das tun und merke dir wenn du kneifst komm ich aus der Hölle wieder zurück um dich zu kriegen beweg deinen Arsch dann werden von den anderen Rautblocken zuerst können wir zuerst Beiß erledigen und dann El Colossaro auf die Plätze geben keine Munition mehr huuuh komm bleibt da schön stehen er hat nicht gerade wirklich viel Granatenschaden genommen ist Neste schon tot schaffst du das schon Mädel keine Sorge volles Vertrauen volles Vertrauen vielleicht doch nicht gut dass ich die Stahlhaut mir reingehört habe komm schon Neste mach weiter wir haben einen Schadenspeicher Punkt bekommen keine Munition mehr hau keine Munition mehr hau 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 Sweet spot. Up. Bump. Yay! Woo! Oh! Gott sei Dank haben wir einen kleinen Quicksafe bekommen vom Ende des Fights. Mächtiges Heilgrad. Jetzt... Jetzt lass mich noch schnell drüber loben da. Ooooooh! Gut, gut, gut. Sind doch Stiefel, vielleicht die nehmen? Nein. Gutes Messer. Hoffen wir es vielleicht noch begrillen und braten können. Okay. Ja, sieht gut aus. Was meinst du? Pfff. Das war ja ein Kinderspiel. Das nächste Mal will ich gefälligst einen würdigen Gegner. Ach ja? Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit unseren Läufern sprechen. Machen sich in die Hose vor diesem altersschwachen Reptil. Das war ziemlich leichtsinnig. Ach komm schon. So ein bisschen Spaß. Das Vieh hätte dich genauso gut töten können. Tja. Aber hat es nicht. Also hör auf mir Vorschriften zu machen, klar? Kommt da noch mehr von dieser Art Aktion? Ich will endlich eine richtige Herausforderung. Nicht diese Opfer. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Hm. Du willst, dass ich für dich arbeite? Haha. Ernsthaft? Okay. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst mir erstmal einen Job mit einer würdigen Herausforderung. Ich kämpfe gegen die Elexituren. Ist das Herausforderung genug? Pfff. Das machen ja sogar die Kleriker. Trotzdem würde ich nicht auf die Idee kommen, mich diesen Fanatikern ohne ein größeres Ziel anzuschließen. Komm wieder, wenn du einen konkreten Schlachtplan vorweisen kannst. Dann sprechen wir vielleicht noch einmal darüber. Alles okay? Ja, ja. Ich stehe draußen, werde ich teleportiert. Wo bin ich hier? Ähm. Wo haben sie mich zurückgelassen? Jetzt weiß ich, warum ich Ray letztes Mal verloren habe. Ah. Ja, genau. Ja, machen wir eine Pause. Tschüss.